So, in der zweiten Halbzeit, es steht 0 zu 2. Es hat gerade vor 10 Sekunden der Abendpfiff begonnen. Wir haben leider immer noch ein bisschen ein Windchen, deswegen haben wir einfach das ausgeschaltet. Das Mikro ist auch nicht so interessant, weil es laufen nur die Trainer ein bisschen rein. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.